Die Light, eine neue Innovation aus dem Hause Dusche Lux. Wir bringen Lichtatmosphäre ins Bad. Wir versuchen gemeinsam mit Hand und Handwerk einfach auch dort wieder Akzente zu setzen. Die Light ist ein Wandeinbau- oder Aufputzvariables System eines Leuchtkörpers. Dieser Leuchtkörper hat die Variablen gelb, rot, blau. Hier können wir jede Farbkonstellation individuell einstellen. Ich habe hier einmal im Schaltersystem die Möglichkeit, dort die Farben je nach Stimmungslage zu verändern. Ich habe alternativ dazu, ganz neu jetzt auch, eine Fernbedienung. Weiter in Planung ist eine App, mit der wir letztendlich auch über Smartphone dieses System bearbeiten können. Es gibt drei Grundmaße. Wir starten mit 45-45 cm. Wir haben die Möglichkeit mit 45-95 cm. Wir haben die Möglichkeit mit 45 auf 1,95 m. Auch im Duschbereich dort eben halt farblich Akzente zu setzen. Die Option dazu ist einmal, so wie hier im Wandeinbau, die Variante mit einer Glasoberfläche. Wenn wir in andere Bereiche reingehen, sprich auch die Decke, gibt es dort die Möglichkeit, wir ändern von Glas in den Bereich Kunststoff, Acrylglas, aufgrund der Gewichtung und können dort eben halt auch im Deckenbereich mit D-Light Akzente setzen.